Das Schlimmste war für mich das Krankenhaus in Äthiopien. Es war wirklich extrem. Die Deutschen sind sehr spendenbereit. Es werden viele tolle Projekte unterstützt. Aktion Deutschland hilft wurde ja ins Leben gerufen, weil man festgestellt hat, dass es manche Organisationen gibt, die extrem hohe Spenden haben, aber eben nicht die Kapazitäten, das Geld auch einzusetzen. Und dann gab es wieder andere, die das Geld dringend gebraucht hätten, aber es kamen eben keine Spenden rein. Und so versucht man das Ganze zu koordinieren, um zu gucken, wer braucht das Geld gerade am dringendsten und wo kann es am effektivsten eingesetzt werden. Es werden viele tolle Projekte unterstützt, die man hier sehen kann. Die Hilfsprojekte dauern unterschiedlich lange. Die Nothilfe dauert etwa ein, zwei, drei Monate, bis die notwendigsten Maßnahmen, also die medizinische Versorgung, Nahrungsmittelhilfe, Unterkunft, Bereitstellung stattgefunden hat. Das Schlimmste war für mich das Krankenhaus in Äthiopien, weil das hat mit dem, was wir in Deutschland unter Krankenhaus verstehen, überhaupt nichts zu tun. Zum Beispiel haben die dort kein Beatmungsgerät, das heißt, wenn jemand eingeliefert wird, der künstlich beatmet werden muss, dann steht dort die ganze Zeit jemand und pumpt durchgängig. Die Menschen lagen dort in einem 15-Quadratmeter-Raum und wurden quasi gestapelt, weil man nicht wusste, wohin mit den ganzen Krankenhäusern. Also es war wirklich extrem. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die humanitären Herausforderungen immer mehr werden. Also die Naturkatastrophen und kriegerischen Auseinandersetzungen waren nie so schlimm wie heute. Wir hoffen sehr, dass uns die Bevölkerung weiter unterstützt. Die Deutschen sind sehr spendenbereit. Laut deutschem Spendenrat wurde in Deutschland über 6 Milliarden Euro gespendet im letzten Jahr. Gerade wenn Katastrophen auftreten, spenden Deutsche eben auch nochmal mehr. Die Tendenz ist weiter steigend und wir hoffen natürlich, dass das auch so bleibt. Und wir danken der deutschen Bevölkerung, dass sie uns dann auch so unterstützen. In der Schauspielerei muss man wesentlich früher aufstehen. Meistens steht der Fahrer schon um 6 Uhr morgens vor der Tür. Das erlebt man als Moderator so nicht. Meistens kann man in der Moderation schon bis 10, 11 Uhr schlafen. Es sei denn bei The Dome oder bei der Cometra-Leitung musste man auch immer recht früh schon proben. Da ging es um 8 Uhr morgens los. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Moderatoren immer ausgeschlafen sind und Schauspieler nicht. Naja, ich denke immer, man macht ja Fernsehen nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für das Publikum. Das heißt, man muss auch so ein bisschen gucken, was will das Publikum. Und ich glaube, dass es mittlerweile einfach nicht mehr so den Bedarf gibt an diesen Shows. Also es gab ja alles mögliche früher. Bravo Super Show, The Dome, Top of the Pops. Es gab unfassbar viele Musikformate, bei denen auch nicht wesentlich mehr passierte, außer dass Menschen auf die Bühne gegangen sind, gesungen, dann kam der Nächste. Und irgendwie ist gerade nicht so der Bedarf da, was das angeht. Ich durfte jetzt die Rolle von Victoria Beckham für die deutsche Version von Spot Bob sprechen. Und das war meine erste Erfahrung als Synchronsprecherin und es war total interessant. Ich habe festgestellt, dass Synchronisieren leichter ist, wenn die Rollen kleine Münder haben. Also ich hatte zum Beispiel neulich Testaufnahmen für ein Tier und dieses Tier hat ein riesiges Maul. Und da muss man tatsächlich extrem synchron sein, damit man das, weil wenn das Maul so aufgeht, dann muss man halt eben gucken, dass du genau in dem Moment das O spricht, wo der Mund offen ist. Und bei den Spot-Spot-Figuren ist das praktisch, die machen eh immer nur so. Und da muss man nicht so wahnsinnig synchron sein und das hilft natürlich für so einen Synchronanfänger wie mich. Showende, aber nur für heute. Das GOP Varieté-Theater mit der Show WET präsentierte die Szene München. WEPARETE- binary 4